Ich spreche gerade über die Trainersuche des FC Bayern München. Haben sich die Bayern eigentlich selber in dieser Situation manövriert oder ist das einfach gerade nur Pech, was sie haben? Ja gut, das ist natürlich im Grunde teilweise selbst entwickelt. Der FC Bayern hat ja immer Wert darauf gelegt, dass er, oder die Verantwortlichen beim FC Bayern, dass sie im Grunde im ganzen Klub bestimmen, was passiert. Und insofern haben die Trainer immer wenig Spielraum gehabt. Und wenn sich ein Trainer immer mehr Spielraum genommen hat, so wie der Ancelotti, dann war es ein Problem. Und insofern glaube ich, ist das das, was jetzt den FC Bayern einholt.